Oh, hier können wir sehen. Ah, okay. Drück. Drück. Du musst drücken. Ja, ich drück doch. Lasst los. So, hier hoch. Okay. Können wir jetzt hier vielleicht angehen? Ah ja, können wir hoch. Kannst du als Strumpet benutzen, ja. Ich kann dir eine Bahn raus holen, einen Katapult. Cool. Ich glaube, du musst mich rüberfeuern, oder? Ich dich? Sehen wir gleich. Ich muss dich rüberfeuern. Okay. Wait. I want to get over there too, Mae. Help! Ich glaube, ich kann dich rüberholen. Oh nein. Ja, du musstest es auch nochmal schieben. Ich bin vollkommen dran vorbeigesprungen. Ist drauf da und runter. Und wer da geht's? Unter sich in Roten. Jetzt fahren wir durch Sisse-Luft. Oder nicht? Das war auch die Destination, ne? Und was ist dann am Ende? Am Ende. Wir kommen dann erst noch in die Stadt, wo wir Leder Sachen machen können. Okay. Inklusive eine sehr sichere Schaukel. Okay. Oh nein. Ich muss auf das blaue. Anders. Du musst aufs blaue. Du musst aufs blaue. Okay. Und ich? Wie komme ich darüber? Äh, ich... Ich sehe gleich. Ach, okay. Kannst du es umdrehen, oder? Irgendwie. Ja. Moment. Ich komme sonst hier gar nicht rein. Okay. Hier brauche ich dich. Das heißt, das war schon mal falsch. Ja. Ich komme nicht rüber. Ach, okay. Reicht schon. Danke. Ja. Moment. 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 Okay. Ich bin jetzt hier drauf. Ja. Du musst auf die andere Seite. Nein, ich muss das hier erstmal drehen, dann gehst du auf die andere Seite wieder. Ah, okay. Ich muss das hier drehen, habe ich gerade gesagt. Dann muss ich hier auf der anderen Seite. Glaube ich, ja. Dann dreh das noch. Nee, geht noch nicht. Spring in die Richtung. Du kannst auch springen. Ah, okay. Ich bin oben. Jetzt habe ich den Blausding. Das macht die Brücke runter. Das, weil ich immer an Gameplay-Mechaniken erinnern muss. Okay. So, was müssen wir hier machen? Jetzt haben wir hier Topfen und so. Na gut, Spider-Man spielt halt, ne? Oh, kann man hier runter? Nein. Kann man nicht. An der Seite auch nicht vorbei? Okay. Alles klar. Können wir dann. Ups. Ähm. Ja. Cool. Muss man nicht in meinem Game-Schwindel-Play-Mechaniken ändern? Ne, ich habe nur das Timing gerade verkackt, weil ich zu früh abgesprungen bin. Ich weiß. Okay, wie machst du dich drauf? Du vergisst wirklich manchmal, was du tun kannst. Kannst du nicht drauf? Ich kann hoch. Kannst nicht drauf. Okay, was mache ich jetzt hier? Kannst hoch. Wie komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Achso, hier. Wenn du Trouppet-Rand machst. Was ist denn jetzt los? Nein. Cody, schau! Ein Cabin! Oh, ja! Schöne Schilder! Achso, jetzt kann ich hier. Nein. Doch, ich könnte irgendwie die Brücke, die Brücke kann ich bewegen. Ja, du kannst sie drücken. Ich muss da irgendwie drauf. Äh, aber wie? Das sehen wir gleich. Kannst du von der Seite aus anziehen? Ja, du kannst von der Seite aus anziehen, irgendwie. Äh. Ja, komm mal rüber zu mir. Ich kann das Rote anziehen. Geh mal auf die andere Seite hier. Dann kann ich nämlich. Nein, ich kann ich nicht. Du kannst. Geh auf die andere Seite jetzt mal. Nein, nicht da. Das bringt nichts. Nee. Du musst da jetzt von dir aus gesehen, links. Auf die kleine Plattform da. Und da kannst du das Rote anziehen. Okay, ich versuch's. Ja, genau. Und jetzt kann ich auf dir. Achso. Ah, verstehe. Ja? Ja? Das habe ich gerade 20 Mal gesagt. Kannst du das Blaue hier holen? Ja, jetzt kann ich das Blaue hier holen. Kann ich das Blaue hier holen? Dann ist es fest. Ja, ich kann das blaue hier holen. Ah, ja. Das ist es, wenn du mich anstablerst. Ja, das ist ja. Ja, du sagst du das. Das ist die Kabinin, wo wir in. Oh, hey. Check this out. Ja, da ist ja. Das ist der Skate. Hier. Ich denke, dass wir hier spät haben, seit wir hier waren. Ich weiß! Ich weiß nicht, warum ich spät. Ich auch! Schau, Cody! Ich bin der Winter. Hier geht's! Ja, super! Ich habe mich auf den Schrauben gefangen! Ich mag es hier. Es war ein bisschen kürziger, als wir hier waren. Ja. Ja, es ist einfach... Es ist einfach so, wie ich erinnere mich. Du willst... Du willst hier ein paar Mal beziehen? Wir müssen gehen. Ja. Ja, ja. Du bist gut. Ich weiß, komm! Was? Wo bist du? Du bist bei Tom. Ja, du bist. Ja. Kommen wir jetzt noch mal zurück. So, ich will also nicht... Ich will also nicht bleiben. Ich will weiter. So, wo geht's jetzt weiter? Hier geht's über die Eisplatten. Hier geht's weiter. Ja. Skifahren. 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 Du kannst auch Tricks machen. Aha. Kann ich das? Ja. Perfekt für Skating! Ja. Und dann ein Schiff drifst. Ah ja. Snowlands. Das ist ein Tower. Wo wir hin müssen. Snowlands. Was? Ah ja. Okay, du bist ein Luft. Ah ja. Aha, okay. Aha, okay. Okay, wir müssen auf die Seite. Alles klar. Ich habe es aus Versehen richtig gemacht. Schade. Hey, Cody. Erinnerst du diese Stadt? Ja, natürlich. Das ist, wo wir unseren ersten Weihnachten zusammengefahren haben. Was ist hier passiert? Es war so beschäftigt. Ich weiß. Wo ist jeder? Ja! Wo sind wir? Ich muss die Glocken läuten. Mit den Glocken. Das tun wir auch nicht. Wenn sie laut genug sind. Ja, aber ihr könnt mal die Glocke aktivieren. Vielleicht bringt das das Eis weg. Ja, abonniert mal die Glocke. Gebt mal oben in der Kanalsuche die Glocke ein und abonniert da einfach mal. Keine Ahnung wer das ist, aber... Auf Twitch ist das gerade schwierig, aber da kommt mir eh gerade keiner zu. Wehe immer. Auf YouTube. Ein paar Zuschauer habe ich schon im Chat. Das ist schon so nicht, aber... Ja. Ah, okay. Hier kann ich auch was mit einem... Da habe ich Magneten. Da kann ich hoch. Ah, warte. Jetzt kannst du das runter machen. Ja, ja, ja. Ich war zu langsam. Ich wollte dich jetzt nicht trollen. Jetzt kann ich hier hoch hüpfen. Du musst noch ein bisschen weiter oben. Weiter nach oben. Ja. So, und jetzt machen wir runter ein bisschen. Dann kann ich jetzt hier. Zack, zack, zack. Und weiter nach oben. Weiter. Nein, mach noch mal runter. Ja, das ist super schwer zu kontrollieren. So? Nein. Verdammt. Ist noch runter? Spring einfach hoch. Nein, geht nicht. Du kannst springen. Ja, dann lande ich wieder unten. Okay, jetzt muss alles nur so ein bisschen. Ich muss aber sehen, wie weit ich runter kann. Weiter runter, runter, runter. Mach noch runter. So müsste es eigentlich gehen. Nein, geht nicht. Vertrau mir. Ich beweise es dir. Nein. Sehr knapp. Ich beweise es dir. Geht. Das ist sehr, sehr knapp. Ja, das war zu schnell. Das war zu schnell, offensichtlich. Uah. Alles klar. So, jetzt ist die erste Locke. Komm, Schnee bereits. Ah, es sind also Schweizer. Ja, direkt neben Deutschland. Das nächste Gebiet. Oh, das Schweizer ist so klein. Oh, das Schweizer ist so klein. Du hast das richtig gemacht. Wir haben das gut gemacht. Wir haben das gut gemacht. Oh, die Stadt sieht so aus, wie ich es erinnere. Was ist denn schon. Wie kann ich noch etwas machen? Sonst? Aber... Ist das nur für die Locke hier. Kann man auf sie drauf springen? Ich läuter. Oh nein, ich bin unten. Und ich nerven Leute. Oh, Leute. Was machst du mit den Leuten? Das hier. Moment. Moment. Ich war gerade unter ihr. Was machst du mit denen? Ich lasse sie sich drehen. Okay, ich glaube, sie gibt zu uns nichts mehr. Wir müssen hier mal weiter. Langweilig. Das beste Level meinst du? Ist doch das beste Level. Hier kann man Sachen machen. Ich weiß, es gibt Schneeballschlags. Ich weiß, man kann Zeug essen. Das ist die nächste Glocke. Das sind drei Glocken. Ich würde sagen, wir befrieren erst mal die ganze Stadt und dann machen wir irgendwelchen Schwachsinn. Das macht Sinn. Das ist so unbelebt, es macht keinen Spaß. Dieses Ort ist wirklich eine schlafen Stadt. Oh, ich vermisse die Glocken, wenn wir hier waren. Ich bin schon auf dem Weg. Ich hoffe, wir können sie aufwachen. Ich freue mich. Ich glaube, sie muss was machen. Ja, da musst du was machen. Warten, Modi. Ja, du kannst Schneebälle werfen. Jetzt kann ich hier irgendwie... Ach, jetzt kannst du da... Ja, ja. Spring mal. Alles klar. Äh, dann musst du... Andere Seite, andere Seite. Äh, okay. Moment. Jetzt. Drehs. Ich drehe. So langsam. So jetzt. Moment. Mach Ops und... Ja, ja. Dreh. Ich drehe. Äh, ich hab... Ich war auf jeden Fall irgendwie dran. Wir haben Zeit. Auch nicht so viel. Ich würd sagen, wir machen noch die Stadt, machen da ein bisschen Schwachsinn und dann... war's für heute, oder? Nicht das Level noch beenden? Das geht super lang. Okay. Du meinst. Also ich weiß, es gibt noch eine ganze Passage unter Wasser. Kannst du drehen? Äh, bestimmt. Dann dreh mal. Dann machen wir die Stadt zu Ende heute. Wir können ja nächsten Samstag, glaube ich, weitermachen. Können wir einfach nächsten Samstag weiterspielen. Ja. Ah... Du musst einfach etwas nach hinten ziehen und loslassen. Dr Estamos in den Glocken. Det tut mir leid, ich bin zu dumm für Glocken! Na, wenn ihr nicht so dumm seid für Glocken, dann aktivieren Sie die Glocken. Okay. Okay, das Zeug haben wir freigestaltet. Da ist viel verletzt. Jetzt fühlt sich viel mauer! Ich denke, ich sehe ein kleines Park hier, Leute. Schau! Ein Pile von Snowballs! Ich kann einen oder zwei. Molly, du hast aber wundervolle Glocken. Was sind das die Glocken der Großmutter? Das Meme ist besser, wenn man es abspielt. Nein, das ist generell nicht gut. Nein. Okay, sehen Sie die Glocken hier oben? Hier ist was, wo ich F drücken muss. Okay. Du hast F. Fade auf den Leuten nicht immer Respekt. Meist verdienen das nicht. Du musst dich hochziehen. Wow, das ist eine richtige Maschine. Ja, ich habe die Beldtauer gesehen. Robben, du hast es umdrehen. Jetzt kann ich die, glaube ich, hoch. Ja. Wenn ich kann. Ah, nein, dann muss ich noch mal das Ding, dann muss ich mich abstoßen von. Nein! Ja, nein, nein! Da komme ich nicht mehr hoch. Komm, wir von unten. So, drehe mich hoch. Ich drehe dich. Es bräuchte ein blaues eigentlich. Ja, es ist auf der anderen Seite, aber ich verliere hier dauernd die Verbindung gerade. Warte, 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 warte. Sorry. Nein, nein, nein. Du warst schon richtig. Ja, sorry. Dreh auf das Dauer. Ja, dann spring an die Wand. Nee, dreh das blaue, dann kann ich mir abstoßen von dem blauen. Dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter. Dreh weiter, dreh weiter, dreh weiter. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich schiebe das jetzt nach oben. Noch ein bisschen zurück. Stopp. Jetzt kann ich hier. Nice. Das war ein bisschen zu knapp, aber das war... Okay, jetzt musst du mich hochziehen wieder. Jetzt muss ich hier was machen. Auf dieselbe Weise. Ich schiebe das hier, Cody. Richtige Richtung? Ja. Ja, ja, dreh einfach. Und dreh, 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 dreh. Jetzt brauchst du das rote. Kommst du da nicht hoch. Warte, warte, warte. Ja, aber ich kann an der Wand hängen. Und jetzt? Stopp. Ja, ist super. Jetzt bin ich runtergefallen. Ich dreh nochmal. Alles gut. Ich dreh weiter. Bleib stehen. Ja, ich versuch's. Weiter, 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 weiter. Und jetzt? Nimm das rote und... Okay. Ja, irgendwie geschafft. Okay, dann musst du ziehen. Das muss ich ziehen, okay. Steig auf. Ja. So, wie funktionieren jetzt Glocken? Ich glaub so, oder? Ziehen und loslassen. Warum passiert hier jetzt nichts? Wenn ich dich runtergezogen hab. Das mach, oder? Ich vers... Ich versuch's ja. Zieh und loslassen. Nice. Ah. Ach du Schande. Ein Riesenrad, was wir selbst bedienen müssen. Das ist ja... Das ist ja schrecklich. Ja. Die dritte Glocke. So, die dritte Glocke. Äh, die dritte ist da hinten. Nein. Sieh. Das müsste esto lassen. Deshalb... Deshalb will ich auch sagen, es ist halt am sinnvollsten, wie das ganze Dorf einmal... ...einmal...ups... ...einmal frei machen... ...dann können wir auch alles... Ich wundere, wie sonst wir da oben kommen können... Ein schönes Hinterhof... Aha! Ich denke, diesen Kanon und ich... ...wir sind gut zu gehen. Ich glaube, wir müssen da nicht hoch. Oder? Das war schlecht. Kann ich dich... Kann ich dich werfen? Du kannst mich auf den Turm werfen. Lol... Okay, so geht das. Okay, ich bin hier. Ist das der nächste Turm, oder wie? Ja, und ich kann dich... Ich kann Dinge für dich werfen. Du kannst... Alter! Warum verlierst du dauernd... Was? Ich bewege mich doch nur! Könntest du bitte... Ich habe dich mit Schneebeeren abgerufen. Ja, schön, du musst aber rüber. Ähm... Nein! Du gehst da an die Wand. Ja... Dreh dich mal um. Achso, an die Wand. Ja. Das ist nicht so schwer. Ja. Okay, ich bin an der Wand. Ja, kannst du da hoch? Direkt? Oder? Ah, das ist mir so knapp. Dann spring mal einfach da ran. Alles klar. Okay, nächstes. 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 Mehr von den Dingern. Ja. Jetzt kann ich glaub ich schon rüber... Gibt's. Nä... Ja, spring! Nice. Okay... Nächstes. Na toll, jetzt geht's hier weit oder was? Äh... Nein... natürlich nicht ich bin hier okay ich bin hier okay ich bin da unten ich bin da oben weitere magneten mehr magneten kommen ich bin da und da geht es weiter ja toll mehr magneten easy jetzt habe ich die schneebänner gehe einfach an die glocke ich schwinge die glocke ich verstehe so jetzt haben wir die ganze stadt frei da müssen wir hin wenn wir weiter wollen das heißt wir können das ganze schwarzen inklusive uns von den eulen um die vögel es sieht aus wie der gondola-Lift funktioniert hurra, lasst du dich um zu hoch wow, diese blaze hat eine große energie okay, die stombol-arena, wollen wir da mal rein äh, Moment ich bin schon drin wo ist die hängt ein großes Schilds-Moboherr header dran ja entschuldige, werde ich jetzt nur mit dem wohnen schneeschläge ja, es gibt ein mini-spiel hast du schon mal einen shooter gespielt in deinem leben ja, wolfenstein habe ich mal gespielt auf geht's zählen werfen alles klar Und ich werde dich verletzen, Schnee-Villain. Du wirst gehen, wie alle anderen. Bring es an! Oh, ich werde einen Schnee-Bille mehr. Nein. Hey. Hey. Verdammt. Verwärts. Hm. Alles klar. Zwo. Eins. Nein! Dürfst mich nicht. Und... na komm. Einen muss ich noch. Ich hab den Schnee-Kugeln mehr. Auch will er genannt. Oh! Oh! Wo bist du? Oh! Verdammt! Ist doch knapp. Ja. Ich hab's auch knapp... Ich hab's auch knapp werden lassen. Das wird übernommen. Das wird ein Schnapp. Na gut, jetzt halt ich mich aber nicht mehr zurück. Schneebelner! Verdammt! Easy! Verdammt! Ha! Hab gewonnen! Alles klar! Ich bin der Gewinner! Ich bin der Gewinner! Ich schubs jetzt Kinder von Schaukeln! Ah, sehr schön! Kann ich mitmachen! Werden wir sehen! Du musst noch die Schildkröte... Die Schildkröten retten! Was gibt's denn noch? Wir müssen noch Dinge ätzen! Oh! Ah ja, hier gab's noch das! War das hier mit den Pinguin-Kindern? Oder? Ich mach'n Schnee-Engel! War das mit den Pinguin-Kindern? Stör mich nicht! Ich mach'n Schnee-Engel! Ich mach'n Schnee-Kreis! Oh, sie macht das sehr gut! Und wer macht das sehr gut? Ja, sie steckt im Kopf um... Ich mach' hier grad'n bisschen rodeln! Ich mach'n Schnee-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Engel-Eng Das habe ich schon gerettet, liegt im Nest. Das war eher ein Versehen. Wollen wir Riesenrad fahren? Vielleicht gibt es dafür ein Achievement, wenn man hier... Gibt es dafür ein Achievement, wenn man eine Babys rettet? Wahrscheinlich. Aber wer will doch schon. Ich mache es aus Versehen. Okay, das hier funktioniert nicht richtig. Versuchen wir mal was. Ich bin mit den Panzern ein bisschen. Hopps. Wer weiß, was du vorhast. Nein. Nein, meiner. Nicht mehr meiner Schicht. Meiner. Ich habe einen roten. Ach so, das war gar nicht die Mutter. Ich habe mir einen roten Panzer. Yay. Wo musst du die hin? Hier runter. Hier muss es hin. Zu mir, da wo ich bin. Hier ist noch einer. Ach da, zu ihr. Wo ist der rote? Hier ist noch ein roter. Hier ist noch ein roter. Hier ist noch ein roter. Der letzte rote. Komm mit. Wie kommen wir an die Kinder eigentlich? Und zack. Du weißt, dass sie einfach respawnen, oder? Ja, leider. Ich glaube, bei Gronkh war das damals nicht so. Das haben sie deswegen... Doch, was? Deswegen haben sie das wahrscheinlich gemacht. Oder war es nicht so? Ich weiß gar nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass das nicht so war. Wenn du eine Runde gekickt hast, war es vorbei. Das ist... Ah, nice. Mit dir runtergefallen. Ja. Ja. Los. Ich nehme das mit. Können wir es hier noch runterwerfen? Nein. Doch. Na los. Mach mal. Nice. Nein. Wurzeläßig? 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 Mein Nest. Was gab es eigentlich dafür noch mal außer Unachievement? Nichts. Willst du im Nest bitte gehen? Ich sitze im Nest drinnen. Ich bin jetzt dein kleines Baby. Guck mal, wie es schreit, guck mal. Raus aus meinem Nest. Wieder rein. Witzmami. Guck mal, wie süß. Wir können da noch Shuffleboard spielen. Guck mal, wie traurig das Kleine ist, dass es nicht bei sich rein kann und es lässt. Guck mal, wie traurig das Kleine ist, dass es nicht bei sich rein kann und es lässt. Guck mal, jetzt geht er endlich raus. Ich will wissen, was passiert. Oh, die Familie ist komplett. Oh, Verloren und gefunden, Achievement. Nice. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020